HD-Audio Bam-chicka-Boom, der ist zum fünften Mal, Dennis hat jetzt auch noch was Ja, der Balken ist voll auf Anschlag, ich hoffe, uns haut's nicht die Ohren raus Raushauen! Drück dort, messen wir im Bulls Ja Fauen wir noch drauf in die Haare, mach wuh-chicka-chicka-chicka-pah-pah-puh Und jetzt geht's los Jetzt komm ich zu dir rüber Jetzt komm ich zu dir rüber Jetzt hab ich das vergessen Und ja, dreht's Licht auf, ne? Das ist so, und da drüben ist noch ein So, herzlich willkommen, lieber fucking Raiders Hello, wie, der Steffi, lieber Raiders, nicht Äh, ich bin aber nicht die Food Das, was sie sagt Äh, ja, wir spielen Wii U Unser... Ja, es ist Wii U Gameplay, ich hoffe, das läuft alles so, wie uns das vorstellen, ihr könnt was sehen, was hören Äh... Was bist du, du bist der Toad Toad Ich bin der Toad Und ich... Wer bin ich? Die Bitch Warum kann ich... Okay, ja... Warum hat sich das überhaupt... WTF? Das und mir in der nächsten Folge, wenn sie wieder heißt, WTF? Äh... Merti der... Prinzessin like... Wenn ich jetzt schon die Oile spiele, bin ich natürlich... Boom... They see me rolling... Okay, was ist das? Oh, wie süß, wie der Fallschirm hinten... Das brauchen wir aber nicht... Wie kriegt das wieder weg? Eine Frage vielleicht... Weil ich weiß nicht einmal, ob das irgendeinen Einfluss hat... Ach so, das kommt wahrscheinlich, wenn man irgendwas... Ja, wusch, ich hab den Gleiter... Ich kann gleiten... Ich mach dich so fertig... Ja... Ah, voll mich wieder... Ich mein... Imerika, ich hab's vor dir gesichtigt, du willst schauen... Oh, was da ist los... Ich bin eh blind, ja, stell mal ein... Ohne Teams, mit Teams, in Team... Ja, wusch... Ich bin nicht gegeneinander... Alle Atems... Ich glaub ich brauch da den Weg... Assistant, Scherz... Ja, ja... Du oder Dicke Dix, oder? Echt? Ohne Gas geht Spaß, ne? Weil das magst du! Sorry, oh oh... Fuck... So... Ja, wurscht... Ich mach jetzt einfach einmal... Schau mal, was passiert... Die Schwammaltrufe oder die Dingspuffe? Wurscht, ich mach ne Schwammaltrufe... MarioCut 8... Obacht... Wir haben keine Ahnung, wie die Steuerung geht, oder? Gar nichts... Ich werd dich einfach so fertig machen... Ja, ich mein... Dass du eh nimmer weißt, was los ist... Ich hab nie MarioCut gespielt... Ich hab nie MarioCut gespielt... Ich hab nie MarioCut gespielt... Ich bin Staatsmeister, ne? Ja... Shit... Warum ist das? Dass das ein bisschen in der Luft ist... Ja, wie geht die Steuerung? Dürfen wir das noch wissen, oder wurscht? Ah, ich mit Splittinger... Ja, wieso musst du... Ich dachte, ich kann auf meinen Display da schauen... Aha... So, ah, ist einmal Gas geben, ist einmal fix... Ja, soweit war ich auch schon... Ah, mit B kann man hupen? Ja, das hab ich auch gerade festgestellt... Oh, ich hab gar nicht Uwe reinkort... Und ich bin Abschuss geworden... Wiedersehen... So, ich hinterlasse ein paar Bananas... Oh, im Gras wird man langsamer... Obwohl man Hoover Board hat... So, schwer... Ah, jetzt weiß ich, wofür wir nicht falsch sind... Aber wie ist das? Leihwart... Uiii... Uiii... Ich bin halt so eine richtige Frauensteuer... Bam... Du bist schwer konzentriert, gell? Naja, ich versuch die grad... Nein, der nimmt's mir weg, gell? Hehehe... Waaaaat the fuck... Und ich fahr noch in die Banane rein, ich hab' ich selber geklappt... Ja, das hab' ich selber geklappt... Ich hab' ich selber geklappt... Ich hab' ich selber geklappt... Naja... Ja... Oh, ich muss da vorbei... Ich bin Platz 4... Ich bin der 1, oder wie geht das? Ich bin der 1, oder wie geht das? Ich bin der 1, oder wie geht das? Ja, ich glaub das ist, wenn wir so genoops sehen... Fallschirm! Ja, du hast da den Nachbarn aktiviert... Tja... Das war die... Die Shitkröte war das... Also nicht die Shitkröte, die äh... Der Pilz... BOOM! Also es warst dich du, schade... Hehehe... Bubi, es war wirklich schade... Ich hab' hinten noch eine Anlage auf meinem Auto... Ah, da vorne fährst du... Ich bin jetzt bis dem Anus, weil ich werd' ich jetzt beschissen mit dem Pilz... Der aber nur ein Turbo bringt, Florat, sonst nix... Ah, du hast auch das DeLorean Motorrad... Ja, ich krieg' wieder kein Fragezeichen... Ja... Ja, ich hab' eine Mütze drin, das ist mir genau... Wo wieder... Mütze... Ja, was... Ich wär' abgebetzt und spuck' Mütze, oder was? Genau... Mario... Mario Kart... Stört Freundschaften seit 1998, oder was? Ja, jetzt sieht's, wenn er wieder weg... Äh, ja, ich hab' einen Fleck in Sicht vom Feinzen... Nein, wer... Bist du auch voll dichtet, ne? Nein, wer hat mich da voll geschossen... Zweiter... Gerade noch vom Ziel Erster abgeschossen... Ja, ich mach' einen auf Alexander Wurz und grad hinten... Achso, ich bin Baby Peach... Ich hab' kein Führerschein, Alter... Gut, ich bin so die Pedale runter... Oh, ich hab' so Holzpflöck-Dinger... Ja, mit 4-Punkte-Führung... Ja, wir brauchen das nicht mehr, seine Statistik... Nein... Nächste Erinnern... Nächste Erinnern... Achso, das ist ein Cup, oder was? Ja... Ja, weil ich mich ja angestrengt, zwecks Punkte... Na rum, jetzt hast du die Chance, das auszupessern... Das ist ein einmaliges... Ja, ich bin ein Baby... Ah, das war eh nur einmalig... Achso... Antidepressiva mit Danny... Weltklasse... Ja... Unser Fazit von der Wii... Technik! Ich find' cool, dass der Ventilator genau nicht zu uns bläst... Sondern... Alles andere kühle... Ja, äh... Was irgendwie wichtig sein könnte... Muss so sein, das gehört so... Ich mein' du hast ja Motorräder, sind ja mal grundsätzlich schneller, ne? Aha, okay... Wenn ich mir mal beide einen besseren Start hingelegt, als beim letzten Mal... Ja, dass später Gas geben, ne? Wow... Stufen rauf fahren... Und wir kriegen einmal einen... Pilz... Ah, nein, einen... Oh, Panzer... Genau, Panzer... Wow... Aha... Wow... 3D, 3D, 3D... Halten wir die Luft an, oder wie rennt das? Ja... Okay, ich verfuhr dir ganz knapp... Das heißt, alle Fragen zerrehen sich gar nicht... Ja, du, beide, leider! Was liebst du mir das... Ja, deine Banane kannst du sowieso aus... Meine Banane? Und schon sind wir wieder unten... Wie uns das Wasser nicht bremst, weil wir einfach... Ja... Meine Boomerang kommt immer wieder, aber habe ich auch irgendwann abgefäßt? Nein... Weil da kriegst du überhaupt keine Mosche-Signis, wenn sich das im Wasser dreht... Ja... Klasse... Das ist ja wieder am Vorsprung, wenn du da cheatest... Ich wusste ja, meine API ist nicht sicher, diesen links-rechts-Oben-Unten-A-B-Cheater angeschaut und ziehst jetzt davon... Ah! Amport! 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 What are you gonna do? What are you gonna do when the Amport for you... Bist du da früher nicht gekommen? Ah, wer war das? Ja, ich nicht, dass ich noch ein paar andere, ich bin auf Platz 6. Von mir was keine Angst haben. Ab, ab, fehl! Nein, nicht bei die Banane! Die war von mir! Aber die habe ich ganz schön... Wo länger her ist das schon... Jetzt war ich nicht gewarnt... Sodala... Missbrauchbares... Was bringen die Mütze eigentlich? Ich habe eh nichts davon, oder? Oh, der schießt mich dreimal ab... Der ist eigentlich nicht Peach, sondern Peach, glaube ich... Der Fallschirm ist echt süß... Der ist ja erster worden! Souverän! Ich mein, du hast doch das, was bei der UV-VU dabei war, dieses... Bei der UV... Bei der UV... Bei der UV... Yes, we can! Bei der UV... Schaut sich das an, Leute! Da ist nichts drauf! Und ich hab das geschissen! Ja! Ja! Das ist ja... Oh, jetzt zählt doch die Punkte irgendwie zusammen, weil du hast kontinuierlich 16 Punkte und ich muss 27 auf Platz 1. Nein, die hab ich gesucht zuerst! Bis ich sie nicht bin ganz so... Wer ist der Scheikei? Da sieht man, wie ich spiel überhaupt nicht mit dem, das käme ich nicht aus! Daraufhin gibt's ein nächstes Rennen! Ja, jetzt fahren wir auf Candy Island, ne? Ja, was willst du spielen? Candy Island? Zucker? Oder? Ja, fahren wir alles wurscht! Das war wurscht! Das Cheat ist immer so... Zucker süße, oder? Ja! Dann fahren wir so ab! Rennen! Rennen start, dann... Wie tut jetzt schon der Daumen weh? Das ist grandios, wie fest ich drück, obwohl das unnötig ist, aber... Nein, das ist alles brainfuck! Definitiv, ja! Willst du das für einen Engine, Dom? Das ist die Wii U Engine! Okay! Wiii! 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 Zuckativ! Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel ein Motorrad oder was nimmst, was wir alle haben, mit Vierer und dann hast du... Jetzt dat du nicht so rein! Weil sie hättest irgendeinen Einfluss, ist nur Optik! Oh ja, Optik! Ja sonst hat das gar keinen Einfluss da! Nein! Kann Würfel kriegen, und er hat schon Würfel! Ja, ne... Ich hab ein Blumentopf! Blumentopf-Pferde, ne? Boom! Boah, wo hin? Wo hin? Ja, wo wo geht? Selbe! Fuck, oder? Da sind Blumentopf in die Frä... Ola! Ja, die haben wir ganz schön... Ola! Oh, nice! Wo bist denn? Ja, hinter dir! Na gut! Ja, du musst die auslassen! Draust deine Vierer, ne? Ah, das ist sogar Münzen für mich, ne? Ist das Leierwand? Ja, ich fahr in die Light-Planke, ne? Ola! Ja! Motion Deluxe-Signess! Motion Deluxe-Signess! Motion Deluxe-Signess! Ich bin ja nur froh, dass du so einen riesen Fernseher hast! Also ja! Ja! Genau das! Genau! Ja, und elektrifiziert, ne? Ich seh gar nichts! Ich fahr mal komplett irgendwie! Aber du bist vorher mehr am Platz! Ja! Dritter, ne? Dritter, ne? Ja, nimm das Fragezeichen! Dieseraneser… …und mediativHealthe�! Questo ja zuviel Kom privacy! Wuuuuhluum! Mit deinem... Wow, nein, wie sagt mich! Du bist für eine... Ich bin für ein Süf Yoon... Jaaa, ich bin auch wieder abgeklebt... depois wird h suction auf dem Weg... Wer wird dann alles über fle Gas brauchen sollen... Sooo... Jetzt bekommst du ahn U-Boo Booster? Ich einfach Triode first 둘! Uuh! Ich hab' mich froh, ey, da... Ich fahr' natürlich, ja, er fahr' an mir vorbei wieder. Ich kann' ich nicht mit meiner Anlage dichter im Koffer um, hab' irgendwie super Bassmusik machen. Mal schauen, ob's das was ist, die Frage. Jetzt krieg' ich hoffentlich Atombombe, damit ich das beenden kann, denn... Nein, 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 oah! Den Autobot eben, Dinger, vorerst noch Dritter und Blitzerein! Autobots... Und ich würde mal sagen... Achso, da ist noch eine Runde Shit. Ich würde mal sagen, noch eine Runde Shit, genau. Denn nur mit Shit gibt's ne Runde. Da muss ich mich zusammenreißen, jetzt. Scheibenkleist da, ein Bord! Ja, und der Depo, der... Ja, jetzt krieg' ich auch wieder einer. Siehst du was? Nein, ich bin zweiter jetzt mit dem Köln. Und was krieg' ich jetzt? Kreditkarte! Nein, ich krieg' immer Münze, Alter! Und fahr' wieder in die selbe Stelle rein wie vorher. Und die Dolphins gewinnen den Superbowl! Ja! 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 Ja, und was ist denn der Zwischenstand? Weiß ich nicht! Ich habe jetzt mich da vorgearbeitet. Wir sind in der 13. Minute. Ja, das war der Karp. Okay. Sieger der Herzen natürlich! Ich! Daisy! Achso! Der 2. ist der 1. Verlierer. Du bist der 2. Verlierer, oder? Nein, ich bin 3. Ach so. Das ist hier, oder? Ja. Glückwunsch, kann man sagen, an der Stelle. Ich danke. Mich selbst. Wird gespült. Ja, ich mein... Souverän, ja. Wir haben dich gewinnen lassen, weil du gehandicapt bist. Das war Make-A-Wish vor Behinderter mit riesen Schädelwuchs. Auf das hinaus sag ich immer Danke und wir schauen uns das nächste Spiel an, würde ich sagen. Ja. Das soll ich vielleicht nicht machen. Nein, der ist nicht gut.